ein ganz düsteres willkommen zurück ich hörte das wettbewerb beschissen und der ist immer noch in meinem haus willkommen zurück leute wir machen mal folgendes erstmal lautstärke machen das mal ein bisschen leiser ich habe bemerkt nämlich in den letzten let's place dass das ein bisschen laut gewesen ist und meine stimme ein bisschen leise also machen wir erstmal so also unsere kommen ein bisschen schlafen geht das machen wir direkt mal einfach so wir haben wir ein paar aufträge was wir machen können dass man ein bisschen besser wir haben noch ein paar aufträge mann ist der peter wieder verschwunden war echt noch einmal wir haben die aufträge einmal primär die das werkzeug zu finden was wir immer noch nicht gefunden haben sekundär diese andere zwei sachen und jetzt machen wir erstmal die angerute ich denke die angerute macht man hier bestimmt nicht dann drücken wir mal auf b eine ausrüstung okay dann denke ich brauche ich nur einen stock und dann muss ich nur angehen oder sowas wir werden das jetzt sehen also wir sind in der letzten folge sehr aufgestorben und ich habe mich auch nicht wirklich super angestellt wir machen wir jetzt die ange wir haben schon eine ange aber naja das spiel möchte dass wir noch eine angemache jetzt habe ich gerade eben wo ich das spiel gestartet habe ich noch kurze mission ja so wie mission geschickt bekommen und bis jetzt hier unten kommt die die anzeige wollen sie die mission einen bogen bauen habe ich die aufnahme gestartet und dann war es weg jetzt kann ich das auch nicht mehr machen ich weiß nicht nicht wie man das macht keine ahnung und bogen bauen ist ja cool jetzt sieht man das auch also mich nicht das ein bisschen dass das hier immer angezeigt wird die ganze man kann nicht mehr raus und ich habe mal gucken was braucht man denn da noch ja ach das ist schwarzes öl also muss man das irgendwie machen das kugeln ganz gut doch hier mal rein davon können wir eigentlich jetzt noch ein paar ablegen davon brauchen nicht so viele kugeln machen einfach die kugeln ja jetzt müssen wir hier diese blöde trinkflasche noch mal produziere eine flasche selbst abs oder finde sie macht man das selbst gebrannten schnaps machen ich denke mal mit irgendwelchen wurzeln bestimmt oder sonst ich habe keine ahnung wir machen jetzt erstmal folgendes wir gehen jetzt erstmal wir machen erstmal eine richtige richtige waffe das shadow steht auf kurkansk das kriegt ihr übrigens bei steam zum beispiel es ist ja noch early access kriegt ihr glaube ich für 14 990 soweit ich das jetzt weiß ich bin mir nicht so sicher okay dass wir mal voll bis wir hauen jetzt immer ganz kurz ein bisschen öl hier genau okay gucken wir noch bei dem auftrag bekommen ich hoffe dass es nicht diese blöde die blöde statu ist die jedes mal und drücken bring me some fish will you any kind of do there are plenty of fish around and I haven't had fish soup in ages be a pal and bring me some okay machen wir mal diese neben auf gabe koche suppe und bringen sie den funker okay wir sollen ja Suppe kochen jetzt also was werden wir denn mal machen bitte bist du nicht denn alle von diesen bösen bist du cool drauf horror horror ähm inventar ausrüsten sag mal habe ich denn jetzt die angeht Nö. Jetzt hab ich die Ange. Ich glaub, wir müssen hier immer hier vorne fischen, wo dieses Wasser-Dingsbums angezeigt wird. Da. Ups. Ich drück immer die rechte Maustaste und schmeiß immer irgendwas ins Wasser. Ha! Ein Fisch. Gucken. Vielleicht kriegen wir hier mal einen Dietrich oder sowas. Oder vielleicht eine Schnapsflasche. Das wär auch eine coole Sache. Also man drückt einfach die linke Maustaste und dann schmeißt du das Ding einfach raus und man kann eigentlich gar nicht dabei zielen. Irgendwie ist das ein bisschen... Ups. Unkrausig. So, jetzt ist es genau in der Mitte. Hey, jetzt... Zack. Ein Fisch. So. Irgendwie... Ich komm mir vor, ob man... Ob man der... Der Boden und dem Meer sich bewegt. Also... Pff. Ich wollte grad sagen, was ist das für ein neues Tier? Okay. Zsch. Na die Bälle. Infektion? Was für Unkraut. Egal. Die haben jetzt ein paar Sachen gefangen. Ich will hoffen, das reicht. Wo bin ich denn jetzt? Ich nehme jetzt einfach mal ein paar. So ein Apfel wird bestimmt zum Kochen genutzt. Was nehme ich jetzt mit hier? So. Das ist ein Busch mit Lebensenergie. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz Habe ich da eigentlich noch Munition? Okay. Zwei. Ah ne. Muss ich jetzt nochmal ausrüsten. Ich drücke die ganzen anderen Tasten und so rüsten wir das nochmal aus. Wurst. Wir gehen jetzt mal schnell nach Hause, bevor wir jetzt hier geschlachtet werden von irgend so blöden Monstern. Okay. Ich bin aber mega überfüllt. Ich kann es gar nicht mehr laufen. Ah da kommt es. Uh. Ja. Ein Bogen herstellen. Machen wir doch sofort. Oh, Bananen. Ich bin nicht schwer. Jetzt bin ich noch schwer. So. Wir drücken jetzt B und machen einen Bogen. Noch nicht? Kann ich noch nicht. Aber ich muss erst mal so eine Öl. Da. Ach du Scheiße. Es wird jetzt gleich so voll sein. Äh. Nein. Ach nein. Ich kriege einen Horn. Schon viele Leute. Äh. Mal gucken, was ich jetzt alles verliere. Fuck, die Waldfee. Ah. Scheißen Dreck hier. Die blöden Puppen sind da oben wieder. Mist. Das hätte nicht sein sollen, ey. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich so viel essen noch muss. Mist, Mist, Mist. Und nochmal Mist. Ja, 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 hier. Da waren gerade zwei Puppen. Jetzt ist eine verschwunden. Scheiße, Statuen. Die gehen mir auf den Sack. Oh, nee. Da ist Gott noch einer aufgetaucht. Oh, der lässt mich da runter. Fuck die Waldfee. Wo kommt einer? Mann. Ach du Scheiße. Wir sind umgeben davon. Schnell irgendwas essen hier. F3. Ich will nicht sterben. Ich will auch hier nur raus. Boah, Mann. Shit. Shit. Nichts zu machen, Leute. Das ist so echt mega schwer so. Ich bin jetzt gespawnt und habe... Oh, jetzt habe ich meinen ganzen Weg verloren. Die ganzen Bären sind weg. Ah, Mann. Es ist zum Verzweifeln echt. Das ist echt nervig. Ich war schon in der letzten Folge so ein bisschen angepisst, dass man die ganze Zeit stirbt bei jedem Schlag. Und jetzt geht das gleiche... Oh, jetzt kommt da schon wieder einer. Ich will mal da bleiben, wo er ist. Hm. Jetzt habe ich ihn natürlich nicht. Was habe ich denn hier... Oh, Mann. Kann ich denn was craften? Ja, crafte ich mal hier das Ding zum Bären. Übergewicht. Mann, schade. Jetzt habe ich natürlich nur die ganzen Sachen verloren, ne? Shit. Und... Oh. Fuck. Oh, nein. Also, ich... Es ist echt wirklich... Ratsam, sich... Von denen zu verstecken, irgendwie abzuhauen, weil die sind irgendwie... Nach meinem Geschmack viel zu stark, alle. Ich bin so schwer. Da sind ein paar Statuen, ich will die nicht, ne? Also, das mit der Ausdauer ist hier echt schwerer. Und das mit dem Essen noch schwerer, weil es wird auch, wie gesagt, ganz selten nur angezeigt, dass man kurz vorm Verrecken ist. Nein, das ist wie ein Haus mit Licht. Nein, ich will nicht mehr. Shit. Ja, ein Dietrich. Ja, ein Dietrich. Du blöder Spiel. Wann kommt das jetzt erst? Nach... Nach... Drei, vier Stunden Verzweiflung. So, Essen. Wie sieht es aus? Mein Essen geht eben Sekundentakt runter. Das ist echt der Witz. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich habe, glaube ich, alles verloren, ne? Ach, ein Mensch. Kann ich den Bogen immer nicht herstellen. Ich brauche doch noch... Wieso kann ich denn jetzt kein Öl... Ach, nee. Was ist denn jetzt? Achso, ich muss, glaube ich, ein Seil erst herstellen. So, jetzt hier. Jetzt, jetzt, jetzt. So, und jetzt machen wir das hier. Ich gucke jetzt die ganze Zeit oben rechts in die Ecke. Ob ich da jetzt gerade nicht wieder verrecken bin oder so? Yes. Und jetzt kann ich den Bogen herstellen. Wo ist es? Was ist das für ein Geräusch, Leute? Ich mache... Ich koche lieber schnell, weiß. Keine Zutaten drin. Ihr kennt mich mal. Hier sind Zutaten ganz viele, so. So, machen wir ein bisschen Licht hier rein. Aber irgendwie habe ich den Bogen gerade... Ach, da ist doch der Bogen. Juhu. Der Bogen ist ganz gut. Gut, da haben wir... Mit der Pistole, muss ich ganz ehrlich sagen... Yes. Hat das nicht so gut geklappt? Weil man hat ja ziemlich wenig Munition. Und dann machen wir jetzt einfach hier mal ein bisschen... Perfekt. So. Dann rüsten wir uns mal ganz kurz damit aus. Perfekt. Pistole. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Schüsse. Schüsse, Schüsse. Ah, das habe ich noch nicht ausgerüstet gehabt. Warum ist das hier nicht... Ich muss das, glaube ich, hier vorne erstmal reinlegen. Naja. Okay. Okay. Wurfspieß. Das habe ich noch nie genutzt. So, wir gucken jetzt mal, was wir hier haben. Pfeile und Pfeile. Okay. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz nach dem Dietrich. Das wird eine gute Runde. Wenn ich jetzt den Dietrich habe, dann kann ich endlich mal die beschissenen Türen alle aufmachen. So. Ähm. B. Wie stelle ich den Dietrich her? Wie sieht der Dietrich denn hier aus? Das ist das Bild hier. Aber wo stelle ich ihn her? Da kann man nur was kochen. Das wollen wir ja nicht machen. Aber ich kann auch gucken, für Schnaps. Aber es ist alles nicht verfügbar. Da. Selbstgebrannter Schnaps. Ich brauche... Aber es ist nicht verfügbar. Hm. Ganz sicher? Nicht verfügbar? Nee, nee, nee. Das kann ich doch bestimmt machen. Was brauche ich denn da? Sicher. 20 Wurzeln. Das kann ich mal versuchen. Aber erst mal. Leute. Wir bleiben jetzt mal hier liegen. So. Okay. Alles klar. Sonst haben wir hier viele Aufträge. Aber das wird nicht mehr in die nichts aufgeben. Herstellen. Herstellen. Wie kann ich den denn herstellen? Aber das Zeichen sagt mir schon mal wenigstens... Ich habe noch etwas überlegt. Ich könnte ein Dietrich herstellen. Dann wäre das Problem mit den versperrten Türen gelöst. Ja, okay. Nochmal. B. Wo? Hier? Ich mache jetzt mal ein paar Fahnen. Oh. Mann. Steht der wieder hinter mir? Was ist denn mit dem Hammer eigentlich hier? Ich kann mich im Kopf nicht mehr bewegen jetzt bald. So, okay. Wir werden jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen ins Inventar, ins Nager. So. Was kann man denn hier reinschmeißen? Feuerstein. Kann man gar nicht mehr spielen. Ich bin, glaube ich, hier so mega überfüllt. Was brauchte ich denn? Ich glaube, ich habe ein paar Wurzeln hier drin. Nö, die sind alle alle vergammelt, denke ich mal. So, was werde ich jetzt alles vergammeln? Oh, oh. Fisch fangen. Ja, machen wir das nochmal. Was machen wir nochmal? Ähm, jetzt schmeißen wir hier den ganzen Scheiß mal ins Feuer. Aber ansonsten habe ich nichts mehr. Ähm. Wurfspieß, ins Lager. Kann ich das hier noch rüberschmeißen? Yes. Kann ich das noch rüberschmeißen? Yes. Alles rein. Ins Lager, ins Lager, alles ins Lager. Perfekt. Ich brauche Platz ins Lager. Das nehmen wir auch mit ins Lager. Wasser, egal. Ich mache das erstmal ins Lager. Ich brauche Platz, Eisen. Das liegt bestimmt viel. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz ein paar Wurzeln hauen. Oh. Okay, jetzt habe ich natürlich jetzt hier keinen. Das machen wir alles noch. Jetzt gehen wir das erstmal. Was denn jetzt schon wieder? Ein Schutzpanzer fertigen. Wie macht man das denn? Und wo? Schutzpanzer? Bestimmt mit Stoff oder so? Ich habe keine Ahnung. Also mein Ziel ist aber jetzt erstmal der... diesen Dietrich hier. Primär ist das sogar. Superfisch. Ne, das war gar nicht der Dietrich. Ach, das war das Werkzeug. Was wir immer noch nicht gefunden haben. Da ist ja so einer. Jetzt können wir mal einen Bogen nehmen. Okay. Der wird gar nicht gespannt. Der wird sofort geschossen. Ah, Jungs. Oh, ein Schuss. Er leckt mich frisch. Wir gehen jetzt einen Fisch fangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen Dietrich herstellen soll. Ich habe zwar jetzt die Mission bekommen, das freut mich echt. Aber... Aber... Wir gehen jetzt trotzdem nochmal schnell ans Wasser. So. I. Ausrüsten. So. Machen direkt ein paar Fische mehr, damit wir was zu essen haben. Wir müssen bestimmt den einen der Missionen bestimmt auf diesen Fischcooter da hinten. Was denn nun? Kein Fische mehr da. Ach, das waren drei Stücken, muss ich fragen. Okay. Ups. Cool. Jetzt hier kriege ich genau das, was ich brauche. Und da hinten habe ich es nicht bekommen, oder was? Ich schleiche nicht schnell. Das lassen wir jetzt mal sein. Wir gehen jetzt schnell wieder zurück an... Zu uns nach Hause und kochen den Scheiß. Bevor uns jetzt irgendwie wieder so ein blöder Zombie killt, oder sowas. Oder Bewohner, oder was es ist. Oder Köter. Die hier rumlaufen. Da habe ich doch gerade einen gesehen. Ne. Ach, Mann. Was soll man machen? Das ist jetzt alles, alles. Perfekt. So. Fischen wir direkt noch was. Wir bringen dem Typen... Wir mussten noch irgendwo... Schießpulver finden. Aber ich nehme jetzt einfach alle Missionen an. Ich habe keine Ahnung. Wir finden das doch bestimmt sowieso. Ich würde ganz gerne wissen, wie man so einen beschissenen... Und warum habe ich den jetzt nicht mehr ausgerüstet gerade eben, weil... Ach, der springt doch jedes Mal raus. Und wie kann ich eine Rüstung craften? Ach, das sind alles Fragen, die ich alle... Alle Male... ...beantwortet hätte. Noch eine. Elixir. Komm. Alles annehmen. Die ganze Folge mit voller Missionen und keiner wird gemacht. Wo ist der, der schießt? Da hinten ist er. Na egal. Okay, ich muss die Suppe doch noch kochen. Wie macht man das denn? Suppe, suppe, so da. Gebratener Fisch. Dann machen wir jetzt folgendes einfach. Wir laufen mal ganz kurz. So und so. Wo ist mein, mein Kittel habe ich gar nicht mehr hier. Kann ich den nochmal, kann ich mir noch ein craften? Ja, fertigen. Nee. Also müssen wir mal ganz kurz das andere Zeugs nehmen, so. Ups. Wir brauchen von allem etwas. Ganz viele Beeren. Für Schnaps. Da war noch diese, genau. Die wollte ich hier sammeln. Die haben bestimmt, ja genau, die haben Wurzeln. Die Wurzeln kriege ich denn? Nur eine. Da ist noch ein. Oh ne, das ist doch ein Monster. Wo andererseits? Zeige ich dem, wo jetzt der Hammer hängt. Oh. Hä? Mit einem Schlag? Ich... Man, ich werde verrückt, Leute. Es klappt einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich das jedes Mal falsch mache. Dreimal, viermal treffen oder was. Und dann stirbt das Ding nicht. Mann. Jetzt kann ich wieder laufen, ne? Also das Gute ist, man verliert ja wenigstens seine, meine seine, ähm, sagen wir mal, seine Ausrüstung nicht. Die hat man ja sofort wieder. Aber trotzdem ist das ärgerlich, das ganz... Oh. Sterb. Sterb. Mann. Übrigens Übrigens, wenn man genau hinguckt Das habe ich jetzt gerade nochmal gesehen Ist das Ein Ein Stromsender Strommast Der da immer angezeigt wird Aber das ist Nicht der hier So Irgendwie wird es angezeigt, dass hier irgendein Monster kommt Fuck Das muss ich mir merken Das muss ich mir merken Hoffentlich kommt es keine mehr Oh Mann So, F3 Wir wollten Dietrich craften jetzt in dieser Folge Und es kommt einfach nicht dazu Man kommt auch nirgendwo hin Scheiße Jetzt habe ich bestimmt den Fisch verloren Den ich gerade eben gekocht habe So guckst du auch blöd So Was kochen wir denn jetzt Wir kochen einfach von allem etwas So, was haben wir hier dabei Davon haben wir genug Dann kommt mir das Das, 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 das Ach, einfach Einfach alles Ops Asche Okay Jetzt kochen wir Kochen wir mal den Mist Und dann machen wir hier nochmal Patronen Das ist ja eine Mission Da kann man die erst auch schnell machen Dann kriege ich diese Missionspunkte für Wapp, wieso Wieder auch immer So, essen wir mal einen Fisch Oder zwei Oh, wir haben schon ganz viel 100% Leben Und zack, haben wir wieder eins verloren Das gibt es doch gar nicht Du blöder Scheiß Das ist eigentlich B Wenn ich B drücke, was Warum steht hier oben Ist das kaputt jetzt gleich oder was Ich habe es Nicht so ganz verstanden Brandmixtur Zündmaterial Ah, einfacher Schutzpanzer Dafür brauche ich Eisen Das Eisen habe ich doch da Ähm, hier unten war das bestimmt irgendwo da Einfach mal alles rüber Ne, B Da war es Das ist wichtig Leute, das ist nicht Ich steffe jedes Mal bei jedem zwei Schlägen Da fällt man immer unten Das nervt echt So Inventar Bin ich jetzt direkt gekleidet Was kommt hier hin? Man wird auch nicht Was sind nicht angezeigt? Ah, man kann da draufklicken Gewicht Schild Was ist das? Keine Ahnung, was das macht Also ich verstehe es nicht so ganz Also Fels, Arzt und das Schild Ich denke mal, das ist so ein bisschen was von Mit Schutz zu tun Aber genau wie das Funktioniert, habe ich nicht so ganz verstanden So Kohle, Seile Federn habe ich hier Ins Inventar Das nehmen wir mal mit Klar, das sind mal eine Feile Die brauchen wir alle Schraubenschlüssel Nehmen wir mal einen mit Vielleicht ist das das, was der Typ da braucht Nix, da Wir bleiben nicht Wir bleiben nicht bei Nacht hier Wir schlafen jetzt wieder Ähm So Schnell laufen Damit wir schneller weglaufen Blöder Razzia So So, gucken wir mal ganz was bei B Also nochmal ganz genau gucken Wo Wo finde ich irgendwo hier so ein bescheuerten Hm Ich habe keine Ahnung Leute Schutzpanzer aus Leder Ich habe Schutzpanzer aus Eiser In Eisen jetzt gecraftet Was haben wir denn hier Verbesserte Anglerausrüstung Brauche ich aber eigentlich gar nicht jetzt Monotov Cocktail Damit kenne ich mich eigentlich eher nur selber Amboss Was mache ich denn? Oh Das ist aber gerade alles im Vergömmeln Warum? Warum vergömmelt das? Dann bin ich jetzt schon wieder am sterben oder was? Okay Mache ich den Amboss jetzt? Ich weiß jetzt nicht Habe ich den Amboss gerade gemacht? Stand das da gerade? Gucke ich mal ganz das Inventar Da stand doch gerade was Gebratenes Kaninchenfleisch Alles schön Mh Wolle habe ich auch dabei Ich habe Asche dabei Ich habe dies und das Jenes dabei Was ist denn wenn ich Mit dem Kochen? Ich musste doch mal was Ja Gift Ich brauche aber irgendwie hier So ein Schnaps Oh ich brauche noch viel viel mehr Aber ich weiß nur ob ich das wirklich dann machen kann Wir machen das jetzt Wir sammeln einfach noch mal ein paar Das ist der Amboss Holzböck und Nägel Okay Was werden wir jetzt mal machen? Ich glaube ich habe auch eine Axt dabei irgendwo Erst mal gucken Da ist mir so einer von den Ärschen Die Axt hatte ich doch Hab ich die ausgerüstet? Nee Ist doch nur ein Hammer dabei Dann müssen wir es eben so machen Boah Aber echt Hartnäckig hier mit dem Ding Und geh mal her Dein ganzes Material Und ich brauche Ein paar Nägel Das kriege ich doch hier raus So Gucken wir nochmal um Ich gucke die ganze Zeit nur noch links und rechts Nach so einem Zeichen Dass der Monster jetzt durchkommt Habe ich alles aufgehoben So jetzt müsste ich das eigentlich bauen können Hä? Habe ich die nicht gerade aufgehoben? Also Wir brauchen 2,2 Und im Inventar habe ich Boah Das ist ja etwas von volles Inventar Ich habe die nicht gerade aufgesammelt Nö Irgendwie nicht Wieso habe ich die hier nicht Ich habe doch gerade Komisch Ich habe doch gerade Irgendwelche davon aufgesammelt Ich verstehe das jetzt gerade nicht Hä? Als ich den Baum noch gerade Geschlachtet habe Hier Mist Hey Ich habe doch gerade auch ein paar Nägel gesammelt Oh das verschwindet Dass ich das nicht tragen kann Da Da sind sie doch Wo ist das Ist das Rinde Und die Nägel habe ich doch auch gesammelt Ich verstehe es gerade nicht Da er ist nicht mehr da so ins inventar wieso müssen noch irgendwas verstehe ich es gerade nicht echt gerade ein bisschen überfragt warum ich das alles nicht habe wo sind denn die nägel ich hab doch gerade den sound kaputt gemacht nein man habe ich alles abgelegt gerade ok leute damit es nicht zu lange dauert heute sind schon wieder über zeit hier in nächsten folge werden wir mal die mission irgendwie machen also ich habe das gar nicht verstanden ich habe jetzt zwei zäune kaputt gemacht ich wurde auch irgendwie auch angezeigt das aufgehoben habe habe ich es nicht geschafft aber irgendwie hat er es dann doch ich habe bestimmt ein loch in der tasche und ich verstehe nicht warum ich das alles hier nicht kochen kann die ganzen mist egal also in der nächsten folge leute sind wir hier wieder dabei und dann geht es weiter bis dann und tschüss